Geismal Landstrasse Es ist so hidden Ja, es ist hidden So, dieses Monument ist zu honorieren die Schuss-Truppen in former German in West-Sakafrika in der sie verletzten gegen unsere Menschen zu töten die Heredas-Onamas Und wir stehen hier Ich bin wirklich schockiert von sehen wie diese wieder Mein Name ist Gondi Kamathuka Ich komme aus Kansas Ich serve als Präsident der Assoziation der Heredas-Genocide in den USA Ich heiße Israel Kaunashike Ich bin Herero-Aktivist in Deutschland seit vielen, vielen Jahren Ich lerne das Genocide von meinen großartigen Eltern Ich habe German Blut auf beiden Seiten auf meiner Mutter und auch auf meiner Vater Ich besuchte auf meiner Vater ein Ort der Stadt 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 International Airport in Namibia und so we used to go there as a young person five, seven years old I noticed there was a brick wall that was adjacent in the area so I asked, what is that all about? Is the building where people live? No, no, no there's a cemetery okay okay I knew then I knew then at age five, six, or seven that cemetery meant a place where people were buried for their final resting place so who's buried there? oh oh those are the people who came from far away place in Ochiherou language we refer to Germans as Obandoishi Dwechen so why are the Germans buried here? oh there was a war between us and the Germans okay so did any of our people die? in the war? yes they died okay where are they buried? can I go see where they are buried? no you cannot why not? there was silence for the longest time and she finally said you ask young men young boy you ask too many questions but I'm going to tell you this only once there are no find a resting place for people that you can go and visit everywhere where you walk you are trembling you're stepping on your souls that's who you are and that started my journey of try to bring some semblance of restoration, restoration, apology and repression of our people 1990 Namibia is unabhängig start geworden and my 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 hat mit deutschem Westafrika zu tun. Meine Großmutter war eine von den Opfern dieses Schusstruppen. Das heißt, wie wir wissen, sind Frauen, Hererofrauen, missbraucht worden und genauer gesagt vergewaltigt worden. Und meine Großmutter war auch eine davon. Das hat mit deutschem Kolonialismus zu tun, meine und meine Geschichte. Und da habe ich mich entschlossen, mich zu engagieren. Wir haben unsere Lande verloren. Wir haben unsere Kultur verloren. Einige von uns fielten wir in Botswana. Einige von uns fielten wir in Südafrika. Als wir in Südafrika getötet wurden, wurden wir den Limpopo-River in Südafrika. Einige wurden Dänisch in Kamerun und andersherum. Es ist so schwer für mich, zu sagen, dass die Bäume, die jetzt ausgeschlossen worden ist, von vielen Generationen von denen, die unsere Menschen töten, ist noch in den Händen ihrer Großvatern. Wir fordern Landreform. Wir fordern unser Land zurück. Wir sagen nicht, sie müssen alle verschwinden. Aber Aufteilung ist sehr wichtig, weil unsere Menschen heute verarmt sind. Und ich war jetzt gerade in Namibia, ich habe das gesehen. Es ist furchtbar. Und wir wissen auch die Geschichte mit dem Schädel damals, dass man die enthauptet hat, die gefangenen Schädel enthauptet hat. Und teilweise der restliche Teil von der Kropa hat man, oder die Schusstruppen, an die Haifische gefüttert, also in den Atlantikosien. Und viele Schädel sind nach Deutschland verschickt worden für rastistische Forschungen. Und es gibt viele, auch in Berlin, diese Privatsammlungen, die auch solche Schädel sammeln. Und das ist auch ein Depot bei Berlin. Und die wollen uns nicht zeigen. Aber wir haben gesagt, das ist unsere Nachfahren. Wir wollen das sehen. Aber da haben wir so kleine Skeletten von Kindern und solche Sachen gesehen. Und teilweise haben wir auch, sorry, auch diese ganze kleine Schädel von kleinen Kinderskeletten. Es ist schwierig, wenn man sieht und dann sieht das, da liegt im Karton ein Schädel. Mein Gott, da fängst du an zu weinen. Manche haben viel geweint und so weiter. Weil die Fantasie, weil die haben die Schädel damals gekocht, in diesem Konzentrationslager. Und manchmal, die Frauen, die mussten diesen eigenen Onkel oder Vater mit dem Fleisch abschermen, mit dem Glasscheib in Swagov Mund oder Lutheris. Dein eigener Opa mit ihm zusammen bist im Konzentrationslager. Und das ist, es ist nicht so einfach. Die Germanen, nicht die Germanen, die Germanen, die Germanen, nicht die Germanen, die Germanen, die Germanen, die Germanen, die Taktik benutzt, die in 1884, in der Berlin-Kongow Konferenz oder der Kongo-Kongow Konferenz. Es war über die Afrika, ohne die Africans. Das ist wie sie entschieden, dass sie auf den Kontinenten auf den Kontinenten von Namibien, die der Vaterland, Deutschland. Wenn Sie sich nach dem Jahr 2021 anschauen, die so-called Joint-Declaration zu sehen, ist, dass das gleiche passiert. Jetzt, jemand fragt, warum Sie sich das Jahr 2021 mit 1884 anschauen? Ich spreche über die Prozess, die wir benutzen sind. Es ist ähnlich. In 2021, the Ovaherero people and the Nama people, through their elected, appointed traditional authorities under the OTA, Ovaherero Traditional Authorities, and NTLA, Nama Tradition Leaders Association. Advocate Veku Irukoro, the late Advocate Veku Irukoro, the Paramount Chief of Ovaherero, may his soul rest in peace. The current chairperson of the NTLA, Gaupp Johannes Isaac, were exclusively excluded, on purpose, by our own government in Namibia, and the German government. Why am I putting the blame on the Namibian government? The Namibian government should have protested the German government that we need to bring these people. I don't think Germany would have any problem with bringing us in. So I put that blame squarely on the Namibian government. That's why it's so painful that we are still being dictated to. Und außerdem haben wir eine Regierung, Swabo-Regierung, Swabo war diese Befreiungsbewegung Namibias, die überhaupt an dieser Geschichte kein Interesse haben. Weil die Regierenden von Swabo, die kommen aus dem Norden Namibias. Und Norden Namibia war nicht von den deutschen Kolonialen Truppen besetzt worden. Und Swabo, das sind die dominerende Gruppe in Namibia, die haben mit der deutschen Regierung verhandelt. Und für uns, diese Gruppe, diese Swabo-Regierung, die heutige Regierung, die soll uns nicht für uns sprechen. Und darum fordern für Deutschland nur mit uns. Und wenn nicht mit uns, das ist alles gegen uns. Und das werden wir niemals akzeptieren. Ich habe mit meinen Kollegen in Berlin. Und bei uns, wir haben zu sagen, dass es keine Bedürfnisse zu sprechen. Es gibt immer Bedürfnisse zu sprechen, weil wir nicht wissen, wo ich komme, ich weiß nicht, wie Sie fühlen. Aber ich muss auch diese jungen Menschen geben, um die Frage zu stellen. In der Absenz der nicht zu lassen, sie können nichts lernen. Sie können Fragen stellen, die uns nicht entspannen, um uns zu stellen zu stellen. Aber die Heilung und die Lehre der jungen Menschen haben zu erklären, dass wir dafür vorbereiten werden und sie wahrnommen werden. Wir sind ein wirklich traumatisiertes Volk. Und wenn ich diese Schädel sehe und ich weiß, was damals passierte mit unseren Vorfahren, diese Brutalität, diese Menschen, dass sie hier auch noch in Kartons liegen, irgendwo in Kellern, in Privathäusern, als Sammlung. Manche haben daraus Lampen gemacht, aus Schädel von unseren Vorfahren. Es ist traurig. Es ist sehr, sehr, sehr traurig und sind immer noch hier. Und wir werden immer kämpfen, dass alle unsere Vorfahren, die hier sind, in Kellern, in Privatbesitz, dass die irgendwann nach Hause gehen. Die avoidance of speaking directly, by the German government, by the way, they call this a joint declaration. No, it is not. Calling it a joint declaration is a misnomer. It is a German declaration dictating to the Namibian government. Excuse me. This is what the terms of our guilt would include. They came up with 1.1 billion dollars to pay out over 30 years, which equates to about 43, 42 million euros a year. Are you telling me that the lives of 120,000 people, the loss of land, the loss of our culture, the loss of our cattle that were taken without any compensation whatsoever, is worth 43 million euros a year? Who came up with that number? Und solche Sachen ist es für uns sehr schmerzhaft, wenn man diese ganze Geschichte verfolgt. Schädel von Menschen hier nach Deutschland gebracht, die Konzentrationsgelager, die Vertreibung von Hereros nach Botswana durch die Vernichtungsbefälle von Lothar von Trotter. Dass man alle Hereros einfach auslöcheln, die sollen einfach von der Bildfläche verschwinden. Ich denke, wir alle haben eine Verantwortung für die junge Menschen zu empfehlen. Es ist ihre Geschichte, auch. Wir müssen uns bereitstellen, zu sprechen über den Vergangenheit. Denn wenn wir nicht über den Vergangenheit und nur über die Zukunft für die jungen Generationen sprechen, dann wird die Fehler, die wir gemacht haben, wieder zu werden. Denn wenn wir nicht wissen die Geschichte, werden wir bereitstellen, die Fehler von der Vergangenheit der Vergangenheit. Ich danke dir für uns zu sehen, dass wir diesen Monument sehen können. Although es ist hidden, ich weiß nicht, wie viele Menschen sehen können. Es gibt so viele Blöden, dass ich nicht jemanden kann sehen. Aber die Punkt ist, was es geschrieben hat, dass es nicht nur die Soldaten, die Soldaten auszulösen, 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 auszulösen. Das ist die Begründung für die Begründung. Wenn wir uns über die Begründung sprechen wollen, zwischen uns alle. Ich denke, dass wir die Begründung haben, das wir gemacht haben. Und Sie können nicht bemerksam für nichts unless Sie wirklich, wirklich zeigen, dass ich mich für etwas verabschiede bin. Ich habe das falsch gemacht. Ich bin für die Begründung. Ich komme zu Ihnen und frage die Begründung. Du kommst nicht zu mir als Verabschiedsgericht und sagst mir, welche Form die Apollonie nehmen muss. Das ist unabhängig. Ich meine, ich rechne in jeder Stadt in Deutschland. In jeder Stadt in Deutschland gibt es entweder eine Plakette oder auch die Schusstruppen ehren. Und das war hier für mich eine Überraschung, dass hier auch irgendwie so versteckte Denkmal für die Schusstruppen, dass immer solche Sachen noch hier sind. Ich verlange nicht hier, dass man irgendwelche Bismarck-Denkmäler abreißt. Da muss man ergänzen. Bei Bismarck muss man einfach ergänzen, was er für ein Mensch war. Aber solche Denkmäler, dass sie hier noch in Göttingen hier steht, das ist für uns, für mich war das schockierend. Dann habe ich damit nicht gerechnet. Und das muss entweder muss weg, total weg, oder muss man zum Beispiel so eine Stadttouren machen, organisieren, um das zu sagen, unsere Stadt war auch beteiligt eine Völkermord an die Herikos und Namas. Und wir haben, wenn ich sage Heilungsraum, würde ich für uns, die Descendanten der Nama und der Bahirian Genocide, zusammen sitzen mit den deutschen Brüdern und Schäden und sprechen, und eine Konversation haben. Das ist für mich Teil der Heilungserfahrt. Das muss, da muss, da muss man was organisieren. Well, I mean, I'm not saying knock down the structure, the structure is there, it is what it is. But the description that's on it has to be rewritten, rewritten, and honor those. Now, let me tell you something. The honoring of those who perpetrate the war on us is being celebrated across Lutheran churches here in Germany, all over. It's so sad for me to report to you that the same thing is in the Christus Kirche in Windhoek, Namibia, where the plaque is honoring the soldiers, those who died of the Chutruppe. Nothing, not even a word, is said by the suffering of the Vahirian Nama peoples. So I think that's a, it's not a complete history for the German people to have these things in their churches, in other places, you know, parks, things like that. Wouldn't it be nice for people to know the truth, that there were other people who were killed as well? Let's honor their souls, let's honor their memories. And you cannot honor our memories unless we sit together and talk. And our demand for the Germans, and Germany must be forgiven and directly with us also speak. And not this conversation that was just happened in 2015. the Vatrater of the Mehrheit, the Herr Riddos and Namas, were not involved in these discussions. And that's why we are taking care of it. But that's our task, to work on this. And we are also kind of connected. We are kind of connected. We are kind of connected. We are kind of connected. I have grandparents, they were German. They have never known me in my life. But still, I feel responsible for myself. And we have to work together. I don't say that all Germans were fascists or murderers or colonialism. But that's our task, to achieve this for our children and so on. To Germany, this time, I have been here many, many times, is to have a conversation with my brothers and sisters. To say, we are human beings. I know that you have to deal with that also from your point of view. Let's sit together and have a conversation. So an act to make and to tell about colonialism, rassism, it's all together. This whole structure has a lot to do with colonialism. The names of the streets and such things. That must be explained. We are working on, we are working on. And then we will continue. We will never go on. I will never go on, so long I will live. I mean, in the German society, there's this fear of broaching the topic. People are very uncomfortable to talk about this. But let me give credit here. Twenty years ago, when I came to Germany, people were very reluctant to have a conversation. Over the years, there's more and more and more willingness to sit down and talk. So I call that progress. It may be slow progress, but it is still progress. So there's hope. Hope springs eternal. I'm always ready to come here, and to tell stories or a movie to show, as long as I can go. Maybe I'll come to the Rorator. Thanks for helping me.